In einem meiner letzten Videos habe ich ausführlich die nahezu baugleichen Diver-Rollenmodelle BG bis Saltist besprochen. Wirklich gute Meeresspinnrollen für kleines Geld. Zusätzlich habe ich mir noch ein teures Spitzenmodell der Diver-Rollen gegönnt. Die aktuelle Saltiger BJ4000SH beinhaltet einige Technologien, die man in den unteren Preisklassen nicht findet. Der Monocoque Body zum Beispiel verzichtet auf den typischen Gehäusedeckel und beinhaltet ein wesentlich größeres und stärkeres Getriebe als bei allen anderen Rollen dieser Klasse. Doch machen sich diese Hightech-Errungenschaften des Maschinenbaus am Wasser überhaupt bemerkbar? Lohnt sich solch eine Investition? Aber natürlich habe ich mir die Rolle nicht nur gekauft, um dieser Frage nachzugehen. Die Saltiger ersetzt meine ebenfalls hochwertige Catalina, die mir jahrelang gute Dienste leistete. Der Hauptgrund für diesen Flaggschiffwechsel war der enorme Schnureinzug von 1,10 Meter, den sonst keine Rolle in dieser Größe bietet. Ideal für Highspeed-Predatoren wie diesen Bonito hier. Durch diese hohe Übersetzung kurbelt man sich also nicht mehr zum Äffchen und das bei noch größerer Kraftübertragung dank des enormen Antriebszahnrads. Fehlt also nur noch der Härtetest. Äh, das ist ja wohl eher nicht, Moment. Ja. Abholen uns. Ja. Oh, das könnte mein Großes zu sein. Die können Bonito sein. Ja, Bonito. Die müssen den unbedingt hier rüber kriegen. Die hier rüber. Oh, groß, 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 groß. Das ist was anderes, gell? Scheiße, der ist aufgrund, das ist gefährlich an der Stelle. Im Notfall muss man sich komplett durchwasser lassen. Nicht für Bonitos eine total beschissene Stelle ist. Nicht für Bonitos eine total beschissene Stelle. Nicht für Bonitos die da größer ist. Ja, der ist noch lange nicht gelandet. Jetzt hat er schon Grundkontakt. Licht, ich brauche Licht. Hast du noch eine Kopplampe irgendwo? Das ist ja auch. Gas bereiten, dann kannst du ausfahren. Was? Einmal das Gas aus. Ruhig. Ich will noch rüber laufen. Boah. Boah. Ja, ich versuche ihn zu garten, du siehst ja jetzt, ja, er kommt da, warte, 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 was ein Bluefish, oh, oh, scheiße, ah, nee, doch, bonito, oh, großer, ja, ah, yes, nach hartem Kampf zu Wasser und an Land war dieser Kapitale Atlantische Bonito endlich gebändigt. Ein halbes Dutzend Sardinen speit er aus, den Needle Stick fand er wohl trotzdem zu verführerisch. Wie ich erst beim Schneiden des Videos bemerkte, hatte die Rolle einen großen Anteil daran, dass der Drill so schnell und problemlos über die Bühne ging. Die enorme Kraftübertragung und vor allen Dingen die Bremse, die vollkommen unauffällig im Hintergrund ihre Arbeit aufs Gramm genau verrichtet. Da gibt es kein Stockern und kein Durchrutschen, nicht der geringste Stickslip-Effekt. Eine Bremse, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann, allein dafür hat sich der Kauf gelohnt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.